Seit Monaten wird Konrad Leimer von RB Leipzig mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun befindet sich der Deal offenbar auf der Zielgeraden. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist eine mündliche Einigung zwischen Leimer und den Bossen des deutschen Rekordmeisters so gut wie durch. Unterschrieben sei zwar noch nichts, die Absichten beider Parteien seien aber klar, Leimer will zum FC Bayern wechseln, die Bayern wollen Leimer. Schon Ende November hatte Sky berichtet, dass sich der österreichische Nationalspieler gegen eine Verlängerung in Leipzig und für einen Wechsel nach München entschieden hat. Leimer selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen. Entschieden ist nichts und ausgeschlossen auch nichts, antwortete der 25-Jährige auf eine entsprechende Kicker-Frage. Frühestens am 1. Januar 2023 darf Leimer einen neuen Vertrag unterschreiben. Sein Arbeitspapier bei RB Leipzig ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Münchner den Neuzugang zeitnah präsentieren. Bereits die ablösefreien Transfer von Robert Lewandowski, Sebastian Rudi, Leon Goretzka oder Alexander Nübel wurden allesamt Mitte Januar bestätigt. Am vergangenen Freitag hatte sich Leipzigs neuer Sportgeschäftsführer Max Eberl bereits zur Personalie Leimer geäußert. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr gering, dass der Mittelfeldmann auch in der Saison 2023-2024 das Trikot der Roten Bullen trägt. Gleichwohl stellte der ehemalige Gladbach-Manager klar, entschieden hat er sich aber noch nicht. Wenn es nur ein Prozent ist, werde ich um dieses eine Prozent fichten. Leimer kam 2017 für kolportierte 7 Millionen Euro von Schwesterklub RB Salzburg zu den Sachsen, wo er sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Stammspieler im zentralen Mittelfeld entwickelte. Vielen Dank.